Was ist lobuläres Carcinum in situ? Lobulares Carcinum in situ bezieht sich auf eine Ansammlung abnormaler Zellen im Brustgewebe, die möglicherweise innerhalb von etwa 5 Jahren krebsartig werden können. Der Zustand ist schwer zu erkennen und wird normalerweise nicht bemerkt, es sei denn, es wird eine Brustgewebebiopsie durchgeführt, um nach einem anderen Problem zu suchen. Während das lobuläres Carcinum in situ selbst keine körperlichen Symptome hervorruft, empfehlen die meisten Ärzte den Patienten, Medikamente einzunehmen oder sich einer Operation zu unterziehen, um das Krebsrisiko in Zukunft zu verringern. Weibliche Brüste enthalten mehrere hundert Läppchen, Drüsen, die Milch produzieren. Ein lobuläres Carcinum in situ tritt auf, wenn Zellen entlang der Innenauskleidung eines Läppchens ungewöhnlich groß werden und sich schnell replizieren. Die Ärzte wissen nicht, was eine abnormale Zellentwicklung auslöst, es wird jedoch vermutet, dass die Genetik eine wichtige Rolle spielt. Die Erkrankung kann in nur einer Brust vorhanden sein oder die Läppchen beider Brüste betreffen. Frauen im Alter zwischen 20 und 50 Jahren sind am häufigsten betroffen, und nur etwa 25% der Patienten, bei denen in situ ein lobular Carcinum diagnostiziert wurde, entwickeln jemals malignen Brustkrebs. Es ist unwahrscheinlich, dass bei Frauen mit lobulärem Carcinum in situ Symptome auftreten. Es gibt normalerweise keine merklichen Veränderungen im Aussehen oder Gefühl der Brüste. Infolgedessen werden die meisten Fälle von lobulärem Carcinum in situ nie diagnostiziert oder erst erkannt, nachdem die Zellen krebsartig geworden sind und gesundheitliche Probleme verursachen? Einige Fälle werden zufällig im Anschluss an Tests entdeckt, um verdächtige Klumpen oder Zysten in der Brust zu untersuchen. Sobald das lobuläre Carcinum in situ identifiziert ist, kann der Arzt den Zustand detailliert beschreiben und verschiedene Behandlungsmöglichkeiten erklären. Es ist in der Regel nicht vorersagbar, ob abnorme Zellen jemals krebsartig werden oder nicht, aber es können Schritte unternommen werden, um das Risiko zu verringern. Viele Ärzte und Patienten ziehen es vor, die Behandlung des Anfangszustands zu vermeiden, und planen stattdessen regelmäßige Brustuntersuchungen, um festzustellen, ob Veränderungen eintreten. Wenn eine frühzeitige Behandlung gewünscht wird, ist es eine gängige Option, ein synthetisches Hormonpräparat einzunehmen, das die Östrogenaktivität in der Brust hemmt. Medikamente wie Tamoxifen und Ralloxifen blockieren Signale von Östrogen, die normalerweise die Zellreplikation auslösen, wodurch das Wachstum abnormaler Zellen verlangsamt oder gestoppt wird. Schließlich kann eine Operation zur Entfernung eines Teils oder beider Brust in Betracht gezogen werden, wenn bei einer Patientin ein extrem hohes Brustkrebsrisiko besteht. Die meisten Fälle von lobulärem Karzinom in situ werden durch hormonelle und chirurgische Therapie vollständig beseitigt.